Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und heute erkläre ich dir die fünf häufigsten Beschwerden, Symptomatiken rund um die Wechseljahre. Und vorab kleine Informationen, wenn dich jetzt ein Thema besonders interessiert, du über dieses Thema einfach detaillierter mehr wissen möchtest, dann schreib es mir einfach in die Kommentare, dann sehe ich das und kann mich diesem Thema nochmal ganz speziell widmen. Jetzt geht es wirklich basic um die fünf häufigsten Symptomatiken und ganz kurz, wie man dem Ganzen auch therapeutisch entgegentreten kann. Fangen wir an mit Beschwerde Nummer 1 und damit auch mit die häufigste Symptomatik rund um die Wechseljahre. 30 bis 80 Prozent der Frauen sind ungefähr 7,4 Jahre betroffen. Das ist viel und sehr lang. Es sind die vasomotorischen Störungen, besser bekannt als Hitzewallung und auch Schweißausbrüche. Du kannst es dir so vorstellen, wenn du das jetzt selber noch nicht erlebt hast, wie früher in der Schule, wenn dir was unangenehm war, du ertappt wurdest und du innerhalb von Sekunden, Millisekunden rot anläufst und dir Schweißbäche den Rücken runterlaufen. So ein bisschen so kann man sich es vorstellen. Es überkommt einen also von C-Spitze bis H-Spitze, dass man binnen Sekunden wahnsinnig heiß wird, auch oft rot wird und der Schweiß ausbricht. Wie kommt das Ganze jetzt zustande und was hat der Hormonhaushalt damit zu tun? Denn er muss ja irgendwie was damit zu tun haben. Um das Ganze kurz zu halten, gibt es mehrere Theorien, die aber noch nicht hundertprozentig belegt sind. Was sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass der thermoregulative Prozess im Hirnstamm nicht mehr so ganz optimal läuft. Bedeutet, wir alle haben so eine gewisse Toleranzschwelle, was Temperaturen angeht. Wenn ich jetzt im gekühlten Haus sitze, rausgehe, bei 35 Grad mich befinde, fängt mein Körper natürlich an, oh, ich muss schwitzen, ich muss transpirieren, ich muss viel mehr durchbluten. Gefäße werden weitgestellt, ich werde rot, um mich selbst abzukühlen. Das ist aber eine große Spanne von 22 Grad zu 35 Grad. Jetzt gibt es diesen Toleranzbereich, der bei uns allen täglich funktioniert, wo ich hier vielleicht ins nächste Zimmer gehe. Da ist es 0,5 Grad wärmer, mein Körper macht daraus erstmal gar nichts. Geht ganz normal vonstatten. Bei Frauen in den Wechseljahren gibt es diesen Toleranzbereich fast nicht mehr. Bedeutet, die kleinste Temperaturschwankung führt zur maximalen Reaktion des Körpers. Und das kann sogar durch Triggersubstanzen erfolgen. Kaffee ist ein Klassiker. Alkohol. Früher hat die Oma immer ein Glas Sekt getrunken, um den Kreislauf anzukurbeln. Genau das passiert, wenn wir ein Glas Sekt trinken, dann werden wir besser durchblutet. Aber das Glas Sekt kann bei einer Frau in den Wechseljahren zu massiven Schweißausbrüchen und Hitzewallung führen, weil dieser Toleranzbereich nicht mehr vorhanden ist. Und so kommt es, vor allen Dingen auch nachts, oft dazu, dass die kleinsten Temperaturschwankungen, wenn der Stoffwechsel runterfährt, zu einer massiven Reaktion führt und man das dritte T-Shirt in der Nacht wechseln muss, weil es einfach durchgeschwitzt ist. Das ist wahnsinnig einschränkend und belastend im Alltag. Wie kann man dem Ganzen jetzt Herr oder eher gesagt Frau werden? Da gibt es viele Ansätze. Klar, ein Klassiker und der wirksamste evidenzbasiert ist natürlich die Hormonersatztherapie, am besten mit bioidentischen Hormonen. Wer jetzt nicht weiß oder mehr wissen möchte über bioidentische Hormone, darf sich gerne dieses Video einmal anschauen. Da erkläre ich das im Detail. Ich gebe dem Körper also zurück, was ihm gerade fehlt und dadurch wird mein thermoregulatives Zentrum in den Hirnstamm wieder ein bisschen toleranter als vorher. Funktioniert in der Regel ganz gut. Gibt aber auch pflanzliche Ansätze. Kimiki Fuga ist vielleicht etwas, was du, wenn du schon mal damit zu tun hattest, gehört hast. Ist etwas pflanzliches, was evidenzbasiert bei Hitzewallungen gut funktionieren kann. Aber auch die Isoflavone, die treue Zuhörer und Zuschauerin, weiß jetzt ganz genau, was ich meine. Denn die Ernährung in den Wechseljahren spielt ja eine wahnsinnige Rolle. Phytohormone etc. Könnt ihr euch dieses Video nochmal anschauen. Dann könnt ihr da auch nochmal reingucken und euch die Ernährung in den Wechseljahren nochmal zugute führen. Also Isoflavone auch ein probates, wirksames, evidenzbasiertes Mittel. Kognitive Verhaltenstherapie bedeutet so ein bisschen, ich kenne meine Triggersubstanzen, ich kenne mein Verhalten und passe mich entsprechend an, dass ich gar nicht erst in die Bredouille komme. Das sind so grobe Ansätze bei den häufigsten und sehr einschränkenden vasomotorischen Störungen. Nummer zwei sind Schlafstörungen auch super belastend. Nicht nur die Einschlafstörung, sondern eben auch die Durchschlafstörung. Stell dir so vor, du gehst um 22, 23 Uhr ins Bett, kommst vielleicht gut in den Schlaf, bist um 2 Uhr nachts wach. Komplett wach. Du kommst nicht mehr in den Tiefschlaf, du schachst mit den Hufen, du bist einfach unruhig und kommst gar nicht mehr so richtig zur Ruhe. Wahnsinnig belastend und körperlich zehrend. Das ist nicht umsonst früher und auch heute noch eine Foltermethode, Schlafmangel. Und zusammen mit den Hitzewallungen kann man sich vorstellen, wenn man nachts dann wach wird aufgrund der Schweißattacken, dass man dann aufgrund der Einschlafstörungen nicht mehr in den Schlaf kommt, kann man die Uhr nachstellen, nach mehreren Wochen sind die Frauen einfach fertig mit der Welt. Und das ist natürlich auch etwas, was therapiert gehört. Wie sieht so eine Therapie aus als Basic-Variante jetzt? Wie gesagt, wenn dich das näher interessiert, bitte in die Kommentare schreiben. Ein großer Faktor dabei ist das sogenannte Progesteron, das Gelbkörperhormon. Das sinkt schon ab den Ü40er Jahren immer weiter ab, denn die Eisprünge bleiben immer weiter aus. Und der entstehende Gelbkörper bei dem Eisprung ist eben Hauptlieferant von Progesteron. Progesteron, vor allem das Alupregnololon, ist ein Abspaltprodukt, also ein Stoffwechselprodukt des Progesterons, hat eine Wirkung im Gehirn. Die wirkt nämlich an den GABA-ergen Rezeptoren. Das ist jetzt ein bisschen fachchinesisch, aber du musst einfach wissen, sie wirken sedierend. Also Progesteron wirkt über die Abbauprodukte und auch selbst sedierend, schlaffördernd in deinem Gehirn. Aber gibt es weniger Progesteron, werden weniger diese Rezeptoren bedient und schon kommt man nicht mehr so gut in den Schlaf. Logische Konsequenz wäre also, dem Körper jetzt das Progesteron zurückzugeben. Am besten auch natürlich bioidentisch. Progesteron ist bioidentisch. Und das macht auch Sinn. Aber, und das ist eine der wenigen Einsatzmöglichkeiten, wo ich das Progesteron auch als Tablette verschreibe, macht es vor allen Dingen Sinn, wenn man es oral gibt. Denn die Leber zerlegt das Progesteron in die Stoffwechselprodukte, darunter das Alupregnololon. Also macht es hier schon Sinn, mit Progesteron zu arbeiten, um die Schlafstörungen zu minimieren. Klar, es gibt viele pflanzliche Mittel. Baldrian kennen wir alle, selbst Johanniskraut, Hopfen etc. Kann man alles probieren, ist auch gut. Zusammen mit der Ernährung, was wir schon besprochen haben, kann das vielleicht auch schon was bringen. Auch Schlafhygiene. Schlafhygiene. Das heißt, wie komme ich in den Schlaf, wie gestalte ich mein Einschlafritual, um da gut und ritualisiert in den Schlaf zu finden. Funktioniert alles gut? Letzte Wiese, sicherlich Hormonersatztherapie. Nächster Punkt, dritte Beschwerde, Stimmungsschwankungen. Von Gereiztheit bis Aggressivität bis sogar psychischen manifesten Depressionen. Auch hier haben die Hormone einen riesigen Einfluss. Östrogen und Progesteron müsst ihr euch vorstellen als zwei natürliche Antidepressiva. Sie haben Rezeptoren im Gehirn und da wirken sie eben antidepressiv, stimmungsaufhellend. Fallen diese Stimmungsaufheller weg, dann kann man eigentlich auch wieder die Uhr nachstellen, wird die Stimmung gereizter und aggressiver. Viele Frauen kennen das auch vor der Periode als PMS. Das selbe Prinzip. Wir haben ein Problem, das ab den 40ern, das Progesteron, wie gesagt, schon abfällt. Östrogen bleibt aber relativ lange stabil. Also eine Hormondisbalance entsteht mit einer Östrogendominanz. Und diese Disbalance führt eben auch zu diesen Stimmungsveränderungen. Und ihr merkt schon, der Kreis schließt sich immer. Wenn ich Hitzewallungen nachts habe und schlecht schlafe, habe ich natürlich auch eine schlechte Stimmung. Das geht mir ja als Mann, der nicht in den Wechseljahren ist, schon so. Von daher ist das ja alles ein Kreislauf, der da zusammenhängt. Wie komme ich da jetzt gegen an? Auch hier gilt, wir müssen individuell gucken, wo stehen wir denn gerade? Haben wir so eine Östrogendominanz? Reicht es vielleicht auch, wenn wir mit Hormonersatztherapie arbeiten wollen, das Progesteron-Level wieder anzuheben, um diese Disbalance aufzuheben? Bin ich schon in einer manifesten Depression, ist es sogar notwendig, manchmal sich in Psychotherapie zu begeben oder mit Antidepressiva zu arbeiten. Aber auch pflanzlich, allen voran zum Beispiel Johanniskraut, kann ja wahnsinnig viele Auswirkungen haben auf den Gemütszustand und hilft mitunter schon ganz gut. Oder auch die Ignatia-Bohne, kennt vielleicht die eine oder andere, kann auch stimmungsaufhellend wirken. Also auch hier ist der ganzheitliche Ansatz individuell betrachtet der sinnvollste. Oder aber auch Hobbys. Ich gehe raus, ich gehe spazieren, ich gucke, was meine Stimmung aufhellen lässt. Das sind natürlich alles Ansätze, um da einen Fuß in die Tür zu bekommen, was die Stimmung angeht. Und ganz wichtig, Kommunikation mit dem Umfeld, Partner, Partnerin, Familie, Kollegen an der Arbeit. Die müssen natürlich alle Bescheid wissen, was ist denn gerade mit dir los? Und jetzt weißt du, was los ist, denn die Hormone sind los. Oder eben nicht. Trockenheit. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und bei Trockenheit und Wechseljahre denken viele immer an die vaginale Schleimhaut. Da ist es trocken, da ist es rissig, es tut weh beim Geschlechtsverkehr. Stimmt alles. Absolut ist ein wahnsinniger Faktor. Aber ihr müsst immer bedenken, die Östrogene machen nicht nur die Vaginalschleimhaut feucht, sondern sie machen auch viele andere Schleimhäute feucht. Die Augen, den Darm. Viele vergessen, dass die Darmproblematiken in den Wechseljahren daherkommen kann, dass die Darmflora einfach wie ausgetrocknet ist. Aber auch Gelenke, Muskeln, großer Punkt, rheumatoide Schmerzen. Dass man das Gefühl hat, mir tun die Gelenke, die kleinen und großen Gelenke, wie ich komme, morgens gar nicht so richtig aus dem Bett. Ich fühle mich wie 90, bin aber erst 53. Das liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch am Östrogenspiegel, der zu niedrig ist. Also denkt immer daran, wenn ihr bemerkt, dass eure Augen gereizter Trockner sind oder die Vaginalschleimhaut trockener ist, dann sind es mit Sicherheit auch schon die Gelenkschmieren und der Darm. Habt das immer ganzheitlich im Blick. Und auch hier muss man eben schauen, individuell, wo ist die Problematik. Gegen trockene Augen kann man was machen. Man befeuchtet sie zum Beispiel mit Augentropfen. Hormonmangelbild bei der Vaginalschleimhaut. Klar kann man da lokal mit Zäpfchen und Creme mit Östriol, einem Abbauprodukt des Östrogens, arbeiten. Ist vor allem sehr gut für die Schleimhäute. Systemisch wirkt es nicht massiv, sodass man auch wenig Nebenwirkungen erwarten kann. Funktioniert auch in der Regel wahnsinnig gut. Damit ist der Vaginalschleimhaut schon sehr gut geholfen. Den restlichen Schleimhäuten mitunter nicht. Tatsächlich kann man diese Östriol-Creme zum Beispiel auch in die Nähe der Augen anbringen. Oder an die Gelenke, die wehtun, funktioniert manchmal gar nicht so schlecht. Gerade bei den Gelenken ist natürlich Bewegung wichtig, auch Wärme wichtig, dass man da nicht jetzt versteift. Beim Darm muss man immer darauf achten. Klar kann man mit Probiotika und Präbiotika arbeiten, dass man einfach auch die Darmflora gesund und intakt hält. Aber letzte Wiese auch hier, wenn gar nichts mehr geht oder das Gesamtbild einfach massiv ist, Hormonersatztherapie mit bioidentischen Hormonen. Letzter Punkt und Beschwerdebild Nummer 5. Die Liebe-Libido. Die Lust auf den Geschlechtsverkehr nimmt ab. Nicht nur wegen der vaginalen Trockenheit kann man sich vorstellen. Ja, die Vaginalschleimhaut, die wird ein Trockener und alles was trocken wird, zieht sich ja irgendwie zusammen. Heißt, Frau wird auch enger tatsächlich. Gerade wenn sie wenig Geschlechtsverkehr hat oder andere penetrative Tätigkeiten macht. Also wird man enger, man wird trockener, es wird rissig. Tut weh. Selbst mit Kleidgel ist da nicht oft geholfen, sodass das auch keinen Spaß mehr macht. Senkt natürlich die Libido. Aber auch die Hormone spielen eine große Rolle und jetzt kommt endlich mal ein anderes Hormon ins Spiel, nämlich das Testosteron. Auch Frauen haben Testosteron, ein wahnsinnig wichtiges Hormon für Frauen. Was aus den Vorstufen entwickelt wird, DHEA ist auch mal so ein Punkt, den ich jetzt aber nur anreißen möchte. Sinkt der Testosteronspiegel, sinkt die Libido. Das ist Fakt, das steht fest. Und bei Frauen sinkt dieser Spiegel sehr spät erst, aber er sinkt eben. Und zusammen mit den Symptomatiken der vaginalen Trockenheit, der Verengung und der sinkenden Libido, hormonell bedingt, ist das Liebesleben zu Hause nicht gerade am Blühen. Gerade weil Männer im hohen Alter zwar auch einen Testosteronspiegel sinkend haben, aber oft noch sehr viel Sex haben möchten. Und da kommen natürlich jetzt partnerschaftliche Diskrepanzen auf. Früher war das doch alles toll, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Auch hier muss geholfen werden. Auch hier kann natürlich viel mit diesen Gleitcremes, Feuchtgels etc. probiert werden. Aber der manifeste Mangel an den Hormonen wird damit natürlich nicht ausgeglichen. Was sehr gut wirkt, sind zum Beispiel Individualrezepturen mit DHEA als Creme, als Vaginalkreme, aber auch Testosteronpräparate. Sind in Deutschland leider noch off-label, also nicht zugelassen für diesen Gebrauch. In Amerika gibt es da aber schon diverse Präparate, die man sich zuführen kann, damit die eigene Libido wieder gesteigert wird. Ich denke, je nachdem wann dieses Video jetzt geschaut wird von dir, dass auch in Deutschland bald die Schwämme rüberkommt, dass wir auch DHEA als Creme oder Gel oder auch das Testosteron als Creme oder Gel haben. Übrigens auch wahnsinnig wichtig für den Beckenboden. Auch Östrogen, Estriol zum Beispiel, wahnsinnig wichtig für die Beschaffenheit des Beckenbodens. Sexualtherapie, klar, ist ein Ansatz, muss man auch überlegen, kann man auch wahrnehmen. Meistens ist es tatsächlich aber die Gesamtkonstellation, die ich gerade schon erklärt habe. So, jetzt habt ihr natürlich viel Angst bekommen vor den Wechseljahren. Ich habe schon gesagt, die Drittelregeln, ein Drittel hat nichts, ein Drittel hat ein bisschen was und ein Drittel hat es ganz, ganz schlimm. Das dürft ihr euch immer wieder vergegenwärtigen. Das heißt nicht, dass alle Frauen alles haben. Das heißt auch nicht, dass jede Frau was bekommt. Aber ihr habt jetzt schon mal gehört, was so die Klassiker sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ein bisschen was mitnehmen und, genau, lasst mir ein Abo da. Dann ist mir geholfen. Tschüss. 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 Tschüss.